Die Sylodyn-Getzner-Matten werden in Streifen geschnitten und auf Paletten verpackt zur Verarbeitung auf die Baustelle angeliefert. Dank der unterschiedlichen Farbgebung sind die verschiedenen Sylodyn-Werkstofftypen auf einen Blick erkennbar. Entsprechend dem Verlegeplan werden jene Stellen, wo Sylodyn aufgeklebt werden soll, von den Zimmermännern mit Hilfe der Schlagschnur markiert. Nun beginnt die Verklebung von Sylodyn. Die auf die Wandbreite zugeschnittenen Streifen werden entsprechend dem Verlegeplan neben den Markierungen aufgelegt. Welcher Sylodyntyp an welcher Stelle des Bauwerks zum Einsatz kommt, wurde vorab von Statikern berechnet. Ausschlaggebend für die Materialwahl ist das jeweilige Belastungsmaß, das im Bauwerk zum Tragen kommt. Die Lager werden auf die entsprechende Länge zugeschnitten und exakt neben den markierten Stellen aufgelegt. Die abgetrennten Abschnitte können an anderen Stellen wiederverwendet werden, was den Verschnitt beinahe auf Null reduziert. Nun werden Lager und Wandauflagefläche mit dem Kontaktkleber besprüht. Der Strahl lässt sich auf die benötigte Breite einstellen. Der Kleber wird mit der Pistole aufgetragen, kann für kleine Flächen aber auch mit einer Dose aufgesprüht werden. Der Kleber sollte vor der Verklebung ein wenig antrocknen. Dann werden die Lager auf die markierten Stellen aufgeklebt. Leichtes Andrücken genügt. Die Kontrolle, dass die Sylodynstreifen an der richtigen Stelle eingebaut sind, ist durch die farbliche Abstufung der Lager leicht nachvollziehbar. Die Decke ist nun fertig vorbereitet, um die Wände für das nächste Stockwerk an den entsprechenden Stellen zu errichten. Getzner – wirtschaftliche Systemlösungen auf Basis von mehr als 40 Jahren Entwicklungs- und Projekterfahrung.